Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu FIFA 16 im Karrieremodus mit Bielefeld und mir dem Trainer eben gehen muss mit. So, wir haben uns wieder einen Platz nach vorn gekämpft. Ja, durch die, wie soll man sagen, drei Siege in Folge sind wir jetzt Platz 4. Also nicht so schlecht. Ob wir noch am Wolfsburg rankommen können, ich bin mir unsicher. Vier Spiele sind es ja nicht mehr, aber egal. Vierter wäre auch super, zumindest international. Auf jeden Fall eine gute Sache. So, wir dürfen wieder mal als erstes trainieren. Da ist unser Stürmer und den trainieren wir erstmal. Der kriegt heute einfach nur Fernschüsse. Einfach nur Fernschüsse. Dann kriegt er nochmal eins mit Durchsetzen. So, dann trainieren wir den Rest. So, Werner, Werner kriegt ein El Rondo. Das ist ja selbstverständlich. Im Mittelfeld Rosbach. Ach, Rosbach kriegt Ballbesitz halten. Und ja, dann sind wir in der Innenverteidigung mit Barraiga. Barraiga kriegt ein El Rondo und dann ist gut. Und dann simulieren wir. Das ist Training in der schnellen Manier. Ja, sowas sieht man gerne. So, das pusht unseren guten Ado. Ja, mittlerweile eine 54. So, eine Nachricht haben wir im Büro. Gintner. Hallo Trainer, ich möchte mich kurz bedanken, dass Sie mir vertrauen und mich so oft einsetzen. Bitte, Gintner, bitte. Mache ich doch gerne. Ist auch selbstverständlich, wenn jemand gut spielt, dass er oft drankommt bei uns. So, wir simulieren mal ein paar Tage. Und wir dürfen gegen Stuttgart spielen. Also, das ist schon mal ein geiles Freilos. Ja, Venezuela will, dass ich Nationaltrainer von ihm bin. Gibt es nicht. Gibt es nicht. VfB Stuttgart. Also, im direkten Duell. Vierter gegen Fünfter. Könnte man uns absetzen. Das wäre natürlich was wert. So, Wolfsburg ist mittlerweile acht Punkte weg. Aber alle noch drin. Das könnte noch möglich sein. Aber wir gehen jetzt erstmal aufs Spielen gegen Stuttgart im direkten Vergleich. Ja, wir gucken natürlich, wie wir das Team heute richtig aufstellen. Adams zum Beispiel bringe ich. Bacic ist ein bisschen fertig. Jancho lasst mal. Hemmlein lasst mal. Gintner lasst mal. Konkai Con kommt raus. Oder nee, Konkai Con bleibt. Bring ich. Wo ist er denn? Ta. Ta bringe ich. Tada. So, dann will ich auf rechts. Will ich. Nee, Chambers lasst mal. Chambers lasst mal. Johnny kommt dafür auf die Ersatzbank. Kommt unser Linksverteidiger. Verteidiger. Avendo. Avendo. Maidat darf heute wieder spielen. Der ist sehr aktiv. So, gehen wir heute ins Battle, würde ich mal sagen. Und so können wir Gas geben. Bei nebligen Bedingungen. Ja, daheim. Ist schon mal was wert. Gegen Stuttgart. Ich hoffe, das bringt uns was. Wenn wir heute das nochmal machen. Keine Ahnung. Diese Skill Challenge will ich momentan machen. Aber mit Maidat ist es eher, naja, nicht so geil. Da ist Gosens die bessere Wahl. Naja, der kann besser Pässe verteilen. So, im Nebel. Die Nebelsuppe ist klar. Die ist real. Und die Stuttgarter haben einen Stoß. Da rollt auch schon der Ball im Spitzduell. Von diesem Spieltag. Boah. Einfach zusammengeprallt die zwei Spieler. Wollten beide zum Ball. So, Stuttgarter wollen natürlich ganz normal das Spiel aufziehen. Sauber Avendo. Machste gut. So, Chambers. Hat sich da gut durchgesetzt. So, keine Experimente. Einfach nur drauf. So. Ist natürlich blöd, dass wir jetzt Adams drin haben und nicht Gosens. Aber, oh, da kommt der Pfiff. In so einer Schafscheiße. Mann. Mann, 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 Mann. So. Freistoß. Weiter Ball. Ja, Kopfballduell gewinnen wir nicht. Aber den haben wir. Hier und hat den Ball. So. Schickt. Jamison. Der macht sich hier Platz. Mit dem... Boah. Elf Meter. Elf Meter. Hab wir da einfach nur von den Beinen geholt. Unser Jamison. Gelbe Karte. Für den Stuttgarter. Natürlich ist da der Tumult groß. Weil da Rüdiger die Gelbe sieht. So. Links oben. Butz. Der ist drin. 1-0. Jamison. Sauber. Das bringt ihn natürlich auch voran. In der Torschützenkanone. Oder, ja, zum Torschützenkönig zu werden. Das bringt ihm viel. Vielleicht noch 1-2 heute. Das wäre schön. Jamison ist ein Garant dafür, dass er mehr schafft an dem Tag. Er ist nur ein Tor. Also eingeläutet wäre schon mal. Muss man ja sagen. Boah. Was für ein Ding. So. Erst mal ein bisschen weg hier. Mit dem Ball. So. Und jetzt aufbauen. Komm schon. So. Jamison. Suchen. Finden. Ah. Schade. Komm ich nicht dran vorbei. Mit dem Fake-Shot. Aber der hilft mir schon viel. Der Fake-Schuss. Oder die Schussantäuschung. Ah. Wieder aus der Drehung wollte ich den Pass machen. Hat klappt ja nie. So tue ich es dann. Weil es ab und an doch funktioniert und dann der geilste Pass ever ist. Jetzt einfach gerade. Lampi hilft hier aus. Ja. Kann man machen. Macht er gut. Macht er gut. Mach ich ihm kein Hehl draus. Wenn er den Ball erwischt und ordentlich klärt. Stuttgart ist alles ja super. Super. Scheiße ist, wenn es nicht geht. Na. Schade. Der Ball wäre zum richtigen gekommen. Aber. Der ging halt nicht weit genug. Nicht selber im Weg stehen. Ist tendenziell immer blöd. Ah. Da laufe ich ins Aus. Ecke für Stuttgart. So. Ecke kommt. Wir probieren dann zu kontern. Warte. Foulspiel. Okay. Da hat mit der Stuttgarter gefoult. Mach ich kurz. Auf TAR. So. Hier einmal ums Feld passen. So. Hemmlein läuft. Wieder Elfmeter. Der Wahnsinn. Das zweite Mal. Was mich ein Stuttgarter im Sechzehner von den Beinen holt. Der Wahnsinn. Ich schäm es da wieder. Putz. Der ist auch drin. 2-0. Zweiter Foul-Elfmeter. Da sieht man erstmal wie hitzig diese Partie ist. Dass die Stuttgarter einfach wollen. Und ja. Dann natürlich mit allen Mitteln versuchen uns zu stoppen. Und natürlich die Elfer gerade kassieren. Das ist natürlich bitter. 2 Elfmeter gegen einen selber zu bekommen. Oh shit. Da habe ich ein bisschen falsch gelenkt. Aber egal. Kommt ja mal vor. Zwei Elfmeter innerhalb einer Halbzeit. Bitter. Bitter. Falsche Regieanweisungen des Trainers. Beider. Okay. Dann hätte man auch in die Hand nehmen können. Da muss man nicht so übertheatralisch. Da muss man nicht so übertheatralisch. Näh, Lamptey? Aber du wolltest heute noch zeigen, was du kannst. Jetzt. So. Weg damit. So. Jameson. Boah. Jetzt dachte ich schon, der nächste Elfmeter so wieder angegrätscht kam. Der Wahnsinn. Das wäre ja übel. Wenn da noch einer zustande gekommen wäre deswegen. So. Sauber. Gut gemacht. Schön zu Jameson. Weiter. Schön verlängert. Aber nö. Das geht leider nicht. Ich würde gerne aus dem Spiel heraus auch noch ein Tor schießen. Bei den Elfmetertoren. Na ja. Ist zwar schön, aber muss jetzt nicht unbedingt. Chambers. Geht hier gut rein. Macht's gut. So. Maidat. Seht ihr? Oh. Schade. Schön kontrolliert getrennt worden. Vom Ball. So. Hier. Mal zurückkommen, Leute. So. Weiter Ball. Der kommt auch noch an. Aber den kann er nicht kontrollieren. Das ist unser Glück. So. Freistoß. Weiter Ball. Oh. Schön über den Kopf gespielt. Sauberta. Tada. So. Chambers. Oh. Shit. Falsch kombiniert. Stuttgart. Will hier. So. Hier. Einmal quer übers Feld. Zum Maidat. Oh. Come on. So geht's nicht. So. Reinhalten. Vielen Dank. Es geht doch. noch. Oh. Nee. Dann geht er ihn abseits. Na ja. Sommer hat den. Weiter Ball. Den haben wir auch. Boah. Der Pass kam nicht mehr, weil er im Fallen war. Aber wir sind 2-0 vorne durch zwei Foul-Elfmeter. Innerhalb einer Halbzeit. Also richtig krass. Also das gefällt ihm gar nicht. Okay. Malos und Maximus. Das sind zwei Verteidiger, oder? Ich weiß es nicht. Wäre halt schön, wenn die, äh, ja, Positionsangabe, wo sie spielen, auch dabei stünde. Weil irgendwann wird es undurchsichtlich, weil die Spieler, ja, aus der Jugend sind und nicht bekannt sind. So, jetzt versuchen wir natürlich, die ganze Partie so richtig zu kontrollieren. Ja, hier sowas. Mit Maidat. Flanke. Oh, ihren Kopf drüber. So. Weiter Ball. Schön geköpft. Öh. Sauber. Oh, Sommer hat den. Ich will aus dem Spiel heraus auch den Ball versenken. So. Maidat mit der Ecke. Ah, Cem ist ein Kopf drüber. Schade. Brauchst dich nicht ärgern. Zwei Putzen hast du ja heute schon gemacht. Zwar per Elfmeter, aber sind auch deine. Muss man ja auch die Nerven haben. Ich weiß gar nicht, was Cem ist denn überhaupt, wie viele Elfmeter je versemmelt hätte. Also viele sind es nicht. Die kann man, glaube ich, an einer Hand abzählen. Was er Elfmeter versemmelt hat, seitdem das mal, dass er bei uns Elfmeter schießt. So, Figurier. So. Hier. Oh, schade. Schöner Run. Kann man machen. Stuttgarter kommen auch nicht mehr richtig vor das Tor. Das ist gut. So wollen wir so ein Spiel eigentlich. Ah, jetzt, jetzt kommen sie. Oh, Außennetz. Ja, aber zielsicher sind sie trotzdem nicht. So, wir schicken den Ball ein bisschen rum. Und suchen uns da eine Lücke. Putz, der ist drin, 3-0. Adams. Adams macht's. Das tut ihm sicherlich gut. Ist er endlich in der Mannschaft angekommen. Der Junge. Sauber. Passt. So, jetzt können wir ein bisschen wechseln. Ein bisschen wechseln. So. Yancho kann raus für Kwon. Maidat. Ah, ich bring Afane. Und. Ja, Langkorn kann ich noch für Jambas bringen. Ich glaub, so läuft's bei einem 3-0. Kann man so heftig wechseln. Alle doch kein Thema, würde ich sagen. Bei einer 3-0-Führung. Ja, im direkten Vergleich, ne. Geiles Spiel. Auf jeden Fall. Sauber Hemmlein. Oh, Jambison ist da frei. Oh, 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 oh. Da bin ich zu früh am Ball angekommen. Fürs schöne Annehmen. Rüdiger klärt ins Aus. So, Einwurf. Afane. Oh. Kann ja auch mal schießen. Mit links. Kann man ja mal probieren. So, weiter Ball von Sommer. So, Stuttgarter wollen sich aber nicht aufgeben. Höh. Das war schon wieder irgendwie komisch. Haben sie jetzt wieder einen Schub gekriegt und sind jetzt besser, oder wie? So, dranbleiben. Der geht vorbei. Kam eigentlich schon ein Schuss auf Lempty selber? Ich weiß es nicht. Also, irgendwas, was wirklich als Torschuss getan war. So, schön zur Fahne. Oh. Oh, Jambison ist im Abseits. Das hätte nochmal ein schöner Kona werden können. Aber nö. Außer mit dem Abseits. Schöne Grätsche. Setz dich durch. Nicht so wie ein Hustenbonbon. So gut wie gar nicht. Komm schon. Ran, Leute. Es ist wichtig gewesen, dass wir den Sieg hier heute einfahren. Weil wir einfach, ja, jetzt Distanz in der Tabelle haben. Dass wir einen direkten Konkurrenten schon mal ausgeschalten haben. Oh, macht doch den Ball eher. Das war zu einfach, ne? Habe ich zu lange gewartet, um noch perfekter da freizustehen mit meinen Mannen. Aber das war ein Konter vor dem Herrn. Da ist Alet mitgestürmt. Alet und noch viel mehr. Oh, die zieht er drüber. Schade. Hätte er seinen Doppelpack auspacken können. Aber nö. Adams wollte nicht. Da ist ihm die Luft ausgegangen. Ist ja doch ein paar Meter. Wenn man von der Mittellinie wegläuft. Vor allem ist ja nicht so, wie dass die einfach mal ganz langsam laufen würden. Ne, da ist schon Tempo hinter. Das geht natürlich an die Kräfte. An die Substanz. Man muss der Atem lang sein. So, Ecke nochmal für Stuttgart. Der geht ins Aus. Noch eine Ecke für Stuttgart. Sollen sie ruhig haben. Ecke kommt. Lämt die Faustet. Schade. Zweikampfduell nicht gewonnen. Ah, schade. Afane bringt den nicht nach vorne. Aber den hat da. So, wer läuft denn da? Afane läuft. Afane läuft. Wow. Und wir von Samada richtig krasses umgehauen. Ist ja recht und schön, dass er den Ball hat. Aber trotzdem. Das war schon grenzwertig. Da ist Afane wirklich schön gelaufen. Abseits wäre es eh gewesen. Und ein Wurf für Stuttgart. Drei Minuten Nachspielzeit in dieser Partie. Die sind aber auch gleich vorbei. Zwei haben wir ja schon davon. Und wenn Stuttgart nichts mehr macht, dann ist es vorbei. Dann ist es vorbei. Und zwar jetzt. Pfeif. Danke. Drei. Null. In der direkten Konfrontation gegen Stuttgart. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr morgen auch wieder dabei seid. Bis dahin. Ciao. Ciao.